Auf der Let's Dance Tour in Köln kam es zu einem unglücklichen Vorfall. Ekaterina Leonova verletzte sich den Fuß während ihrer Performance. Köln, noch bis Ende November touren die Let's Dance Stars durch Deutschland. Mit dabei sind auch Ekaterina Leonova, 37, und Detlef D. Soest, 54. In der letzten Staffel hatte das Tanzpaar einen beachtlichen dritten Platz erreicht. Doch bei einer Live-Show ging etwas schief, mit einem schmerzhaften Ausgang. Let's Dance Profi Ekaterina Leonova verletzt sich beim Samba mit Detlef D. Soest am Mittwoch, 13. November, begeisterten die Let's Dance Stars mit einer spektakulären Show in Köln. Aber für Ekaterina Leonova hatte der Auftritt böse Folgen. Die Profitänzerin zog sich eine Verletzung am Fuß zu. Ausgerechnet beim Samba, dem Lieblingsstanz des Duos, passierte das Malheur. Detlef D. Soest trat der zierlichen Schönheit versehentlich auf den Fuß. Ich habe seine Größe gespürt, schilderte die gebürtige Russin gegenüber RTL und meinte damit wohl das Gewicht ihres 1,90 Meter großen Tanzpartners. Als Profi zog sie den Tanz bis zum Ende durch. Hinter der Bühne wurde der verletzte Fuß getappt und gekühlt. In einem Video zeigt RTL, wie Leonova durch den Backstage-Bereich humpelt. Immerhin eine gute Nachricht gibt es. Der Zeh ist nicht gebrochen, freute sich die 37-Jährige, aber der Nagel wird abfallen. Der Physiotherapeut diagnostizierte eine Kapselverletzung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017